Das Casting war natürlich eine Herausforderung für die komplette Band und wir hätten am Anfang nicht geglaubt, dass es uns so schwerfallen wird, hier in Saarbrücken diese ganzen Musiker auszutesten und herauszufinden, wer der Nichtiger ist. Ja, wie gesagt, die Entscheidung war eine sehr schwierige, wir haben viel diskutiert und wir brauchen sehr viel Musik gemacht, versucht Musik zu machen, für die potenzielle Drama. Ich denke, wir sind jetzt so eine Entscheidung. Alles wirklich. Die letzten zwei Kandidaten waren natürlich aus der ganzen Kuhl von Bewerbern die effektiv besten und auch dort ist es nun so, dass wir heute die Entscheidung treffen müssen, was unsere Zukunft wird, was die Zukunft der Bänder wird. Was gekommen ist der Drama? Ja, sagt es uns überhaupt, dass der Drama auch nicht. Das ist jetzt nicht nur ein leeres Gefahr drin, sondern das ist, was wir in der Lage hier haben. Das hat sich einfach Spaß gemacht, jedem eines mit Wunnen, aus verschiedenen Gründen. Bei dem E-League, für den wir uns entschieden haben, hat es Spaß gemacht, weil er gut am Spielen konnte. Das war der Entscheidende. Ja, und beide Kandidaten, für die wir uns gleich entscheiden werden, sind quasi die Elite hier. Und schauen wir mal, was passiert. Ja, Leila, du bist quasi heute einer der Kandidaten und du könntest es schaffen, der neue Drummer oder die neue Drummerin zu werden bei Sundowner. Bist du aufgeregt? Blumi, du bist quasi im Finale hier beim Casting für Sundowner am Drum. Bist du aufgeregt? Das ganze Casting, die Zeit bis heute, hat natürlich gezeigt, dass du das Handwerk beherrschen tust. Und heute wird es eine Entscheidung geben. Und bist du bereit dazu, wenn du gewinnst, den Weg mit Sundowner zu gehen? Gut, dann werden wir gleich das Ergebnis hören zum heutigen Casting. Und dann werden wir nachher vermutlich von dir was hören, oder? Alles klar. Nicht einfach. Das ist eine verdammt schwere Entscheidung, die uns prägen wird. Was denkst du mir? Also mir gefällt der Look von Leila, der ist schwarz, bin ich gut, besser als diese... Aber hinterm Tram ist es egal. Also die Optik darf nicht entscheiden. Das ist zu viel. Aber die hängt schon ein bisschen mit, ja. Wie beim Sex. Sie will halt immer dabei sein. Ich weiß, was habe ich nicht zu sehen. Meine Entscheidung ist eigentlich für alle. Wobei, eigentlich, das ist schon viel. Aber das ist ja alles. Aber ich denke, eigentlich sind wir uns einig, oder? Das hat keiner ausgesprochen. Ich meine, es ist nur ein bisschen drauf. Ich denke, es ist nur ein bisschen drauf. Ich denke, es ist wieder... Und nochmal. Ich denke, es ist nicht drauf. Okay? Nein, das ist ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Blumi, die Layla, wir haben uns entschieden und möchten dich, Layla, natürlich auch in der Band willkommen heißen. Aber für dich, Blumi, haben wir uns entschieden als neuer Drama bei Sundowner.